Hallo und willkommen zurück zu den Säulen der Erde. Wir sind jetzt mit der Tochter, mit Aliena und dem Bruder jetzt hier in der Stadt angekommen in Winchester. Und ja, wir werden uns hier jetzt mal umschauen. Wir sollen ja den Vater finden. Oh, hier können wir sogar hin und her scrollen, der aber ja umkommen wird. Schauen wir mal. Dies ist der breiteste, unbeliebteste Weg nach Winchester. Von hier aus führt die High Street weiter bis zum Osttor. Dann haben wir Haus. Irgendwer ist noch auf. Ich sollte erst Richard holen. Na gut, dann gehen wir halt zu dem. Allie, es ist jemand hier. Ob es Vater ist? Glaubst du? Irgendwo muss es schließlich sein. Äh, genau. Einfach willkürlich in irgendein Haus klopfen. Ja, es soll das Rathaus, glaube ich, sein. Wer ist da? Es ist Percy Henley. Weg hier. Was? Ich hacke dir die Hand ab, wenn ich dich kriege, du Bastard. Ruhe da. Komm wieder rein, sofort. Du musst besser aufpassen, dass du nicht so schnell die Beherrschung verlierst. Wir wissen noch nicht, wer auf unserer Seite steht. Sei vorsichtig, höflich. Mach einen guten Eindruck. Sie müssen dich alle mit dem König tanzen sehen. Jeden Tag, bis er dich zum Grafen macht. Ich hab ihn vor Bartholomeos Rebellion bewahrt. Sollte das nicht reichen? Gib ihm nur einen Grund und sie werden dich nicht zum Grafen machen. Das darf nicht passieren. Sie sind in unserem Haus. Sie haben es einfach gestohlen. Wir werden wohl woanders schlafen müssen. Ich kann es nicht glauben. Komm jetzt, bevor uns noch jemand sieht. Mhm. Okay, jetzt laufen wir mit beiden rum. Schloss. Das ist, wo der König derzeit hochfällt. Morgen werden wir mit dem König sprechen und Vater finden. Das Tor ist zu. Wir kommen besser morgen wieder. Südwestdol. Die Straßen nach Süden scheinen nicht so belebt zu sein. Hinter der Stadtmauer gibt es meist Felder und Bauernhöfe. Die Tore sind nachts geschlossen. Da ist auch sonst nichts. Ah, gut. Dann gehen wir nochmal da hin. Lass mich. Ich bin der Sohn des Grafen Bartholomeos von Scheiring. Macht auf! Warum sollten Sie uns einlassen? Vater ist nicht Ihr Graf. Psst. Jemand kommt an die Tür. Ja? Was ist? Ist was nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Wir müssen auf der Straße schlafen, wenn Ihr uns nicht hereinlasst. Tut mir leid, aber wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Was fällt Ihnen ein? Sie schulden uns nichts, Richard. Wir werden einen anderen Schlafplatz finden. Ja, das ist ein bisschen hochnäsig. Gasthaus. Ein weiteres Gasthaus. The Boar. Taverne. Das Checker. Das Gasthaus ist beliebt bei Adeligen aus Scheiring. Vor allem bei den Hamleys. Dann gehen wir trotzdem mal hin. Sieh dir das an. Ein Krüppel mit einem Schwert und seine Bettlerbraut. Wenn ihr ein lauschiges Plätzchen sucht, es gibt da hinten eine Scheune. Das sind Geschwister. Wir suchen einen Platz zum Schlafen. Wir suchen einen Platz zum Schlafen. Ihr könnt mein Zimmer haben, bis ich mit dem Bier fertig bin. Das sollte euch Totel-Täubchen ja reichen. Was ist los? Warum gehen wir wieder? Das ist unwürdig. Vater wäre entsetzt, wenn wir mit diesen Leuten in einem Haus blieben. Aber Ellie, sie haben nur Spaß gemacht. Komm, schauen wir weiter. Gasthaus. Was haben wir denn? Das ist ein normales Haus. Kein Licht durch die Fenster sehen. Willst du klopfen? Oder soll ich? Hallo! Könnt ihr uns ein Lager für die Nacht gewähren? Ellie, bettel doch nicht. Wir sind in Not und können euch nichts bieten, aber... Wir könnten für euch arbeiten. Wenn ihr uns helft, helfen wir auch bei eurem Geschäft. Ab mit euch! Gott sei Dank, ich hätte nie für dieses Pack arbeiten können. Sag das nicht. Wir werden Verbündete brauchen, um Vater zu finden. Und es hilft nichts, die Leute zu beleidigen. Vater würde sich schämen. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben noch eine Kathedrale. Eine Münze. Drinnen brennt noch Licht. Sie haben wohl Angst, dass Diebe die ganzen Münzen stiehlen. Interessant. Sie ist geschlossen und verriegelt. Sie wollen nachts keine Fremden da drinnen haben. Paus, vielleicht will uns hier jemand helfen? Ellie, das ist sinnlos. Es muss doch noch gute Menschen in dieser Stadt geben. Was wollt ihr? Guten Abend. Verzeiht, dass wir euch stören. Aber mein Bruder und ich haben viel durchgemacht und suchen verzweifelt ein Lager für die Nacht. Bitte. Wartet hier. Bist du verrückt? Lass sie nicht rein. Das sind Diebe. Was habe ich gesagt? Mhm. Osttor. Ich glaube, die Straße auswärts führt nach Petersfield. Aber Vater hatte da selten zu tun. Darum bin ich mir nicht sicher. Da hinten ist eine warme Ecke. Ihr könnt eine Decke haben. Aber es gibt nichts zu essen. Ist eure Frau damit einverstanden? Nimm an. Danke. Ich danke euch vielmals. Ihr seid ein guter Mensch. Als ich am folgenden Morgen erwachte, war ich allein. Ich hoffte, dass Richard einfach früh aufgestanden war, vielleicht um direkt zum Schloss zu gehen. Ich ging sofort los, um ihn zu suchen. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier quasi denselben Screen, wie wir das mit dem Priester, glaube ich, hatten. Gruppe von Rittern. Ich habe sie nie zuvor gesehen, müssen mit dem neuen König gekommen sein. Der alte Mann hat sich zäh gehalten, hörte ich. Sie haben ihn tagelang ausgepeitscht. Und als es vorbei war, bat er nur um einen Becher Wein. Er hat nicht gebettelt, nur gesagt, beeilt euch, ich habe Durst. Als wäre es ein Fest oder sowas. Man wünschte sich, er wäre noch auf unserer Seite. Hör ich eine Schande. Ah, hier kommen andere Seiten des Hofs. Okay, Gruppe von Adeligen. Erkenne diese Gesächer, waren einst unsere Gäste bei Tisch. Ich kenne sie. Das ist alles ein solcher Unsinn, dass Mathilde Königin sei. Was hat der alte Mann sich nur gedacht? Er war einfach König Heinrich zu loyal gegenüber. Sogar nach seinem Tod. Aha, eine weitere Gruppe von Adeligen. Einer von ihnen sieht dauernd in meine Richtung. Und hält sich dabei die Nase zu. Unterwegs mussten wir in einem Gasthaushalt machen. Sie setzen uns Bauernfraß vor. Brei? Und kein Fitzelchen Fleisch. Gibt es nicht ein Gesetz dagegen? Dann haben wir hier Eingang. Da werden wir wahrscheinlich aber nicht hochkommen. Feste. Stefan von Bloi ist erst seit einem Jahr König. Da ist Richard. Niemand hat ihn auf ein solches Leben vorbereitet. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ihr habt mich gehört. Jetzt geht weiter. Aus dem Weg, Wache. Jeder hat das Recht, sich an den König zu wenden. Aber die Ärmeren sind meist nicht so dumm, davon Gebrauch zu machen. Was sagst du da? Du redest mit dem Sohn des Grafen von Shiring. Und ich bin die Tochter. Wenn du uns nicht durchlässt, lassen wir euch in den Kerker werfen und dort verfaulen. Wie euren Vater, meinst du? Was? Du weißt, wo er ist? Natürlich. Und das solltet ihr auch, wenn ihr seid, was ihr behauptet. Er ist im Gefängnis, gleich hier in der Burg. Wie kommen wir dorthin? Vor dem Tor nach links, auf der anderen Seite des Burghofes. Ihr werdet aber mit dem Aufseher sprechen müssen. Sein Name ist Odo und er hat tiefe Taschen. Tiefe Taschen? Nun, wir Gemeinen können keine Gefälligkeiten für nichts erwarten. Ihr solltet euch besser drauf einstellen. Jetzt macht Platz. Es wollen auch andere zum König. Ich hätte das auch allein geschafft. So wie du allein weggelaufen bist, ohne mir was zu sagen? Psst, Ellie. Die Leute gucken schon rüber. Was macht dein Ohr? Was macht dein Ohr? Es pocht wie eine Trommel. Mein Kopf tut weh. Es tut mir leid. Ich dachte, ich könnte mit dem König reden, bevor du aufwachst. Du hast gestern so viel getan. Ich wollte dich nicht wecken. Bitte, sei nicht sauer. Das ist ja dumm. Wenn wir uns zusammenhalten, ist schon gut. Du wolltest nur helfen. Das war lieb von dir, aber auch sehr dumm. Das war lieb von dir, aber auch sehr dumm. Oh, sieh mich nicht so an. Es tut mir leid. Sollen wir jetzt zu Vater gehen? Ja. Sie halten Vater im Gefängnis. Wir müssen zu ihm. Okay. Richard, wir müssen. Niemand hat ihn auf ein solches Leben vorbereitet. Aber gemeinsam schaffen wir das. Wie konnten sie Vater ins Gefängnis werfen? Ja gut, das müssen wir halt links rum. Burg verlassen. Das werden wir wohl nicht können. Es geht zum Gefängnis. Na, seid ihr zufrieden, Herrin? Natürlich nicht. Aber mein Mann scheint in guter Verfassung zu sein. Ich hoffe, es bleibt so. Das hoffe ich auch. Aber gutes Essen ist heutzutage schwer zu bekommen. Oh, ihr seid zu gütig. Das wird eine Weile reichen. Gebt gut auf ihn acht. Ich bin auf dem Markt. Das werde ich. Gute Geschäfte, Herrin. Was starrst du mich an? Dein Ohr. Du solltest besser auf dich acht geben. Was sollte das denn? Ich weiß nicht. Aber wir haben unsere eigenen Probleme. Komm. Okay. Richard. Niemand hat auch ein solches Leben. Aber gemeinsam bla bla. Mir geht's gut, Ellie. Okay. Tür, Gitterfenster und eine schwere Tür. Sieht nach einem Gefängnis aus. Auch für Vater geht es gut. Wenn du so gern hier rein willst, sprech mit dem Vogt und klau ein Huhn. Das heißt, erst das Huhn klauen, dann mit dem Vogt reden. Ich kümmere mich um den Rest. Hatten wir hier noch was? Nee. Naja, okay. Dann müssen wir wohl mit dem jetzt reden. Bist du der Gefängniswärter? Euer ergebender Diener. Worum geht's? Wer? Wir wollen unseren Vater besuchen. Den Grafen von Shiring. Er heißt jetzt schlicht und einfach Bartholomeus. Dann ist er hier. Sieh uns an, wenn wir mit dir reden. Wie viel Geld habt ihr denn? Gar keins. Deshalb solltest du dir auch erst gar keine Hoffnung machen. Dann könnt ihr euren Vater nicht besuchen. Tut mir leid. Lass ihn jetzt besuchen. Ich werde dir einen Penny beschaffen. Wer war diese Frau? Ähm, wer war diese Frau? Das macht dann zwei Pennies. Was? Ah, ihr seid drauf reingefallen. Ha! Das ist Meg. Ihr Mann hat versucht, einen anderen Händler zu beschwindeln. Ist schiefgegangen. Jetzt hat er alles verloren. Woher hat sie dann das Geld? Sie hat sein Geschäft übernommen. Arbeite als Händlerin auf dem Markt. Lustig, dass ihr immer noch so viel an ihm liegt. Sehr lustig. Ich werde ihn jetzt besuchen. Lass uns ihn jetzt besuchen. Tut mir leid. Keine Ausnahme. Jeder, der einen Gefangenen besuchen will, muss zahlen. Ha! Das sind die Regeln. Das sind deine Regeln. Richtig. Aber das macht sie nicht weniger regelig. Nicht wahr? Bis jetzt hat mir noch jeder einen Penny zugesteckt. Wenn ich euch umsonst reinlasse, könnten die anderen meinen, ich behandle sie nicht rechtens und dass ich ein ungerechter Mann sei. Ha! Ha! Und das wäre doch nicht gut, oder? Dann dir einen Penny beschaffen. Ich werde einen Penny beschaffen und ihn dir so schnell wie möglich herbringen. Aber kannst du uns nicht jetzt zu ihm lassen? Nur für einen Augenblick? Er ist den Penny. Sollte nicht zu schwer sein. Einer von euch muss doch was wert sein. Hm. Wie geht es ihm? Wenigstens das kannst du mir sagen. Bitte. Geht es ihm gut? Nein. Er liegt im Sterben. Und jetzt raus mit euch. Weinst du? Hast du nicht gehört, was er sagte? Ja, aber er hat gelogen. Das letzte Mal, als wir Vater sahen, war er gesund und lebendig. Manchmal frage ich mich, was in deinem Kopf so vorgeht. Also, wie kommen wir an einen Penny? Wir könnten betteln. Bettler fragen gewöhnlich nach Essen oder Kleidung. Ich habe nie gehört, dass jemand ihnen Geld gibt. Nun, wie kommen Leute an Geld? Der König erhält Geld aus Steuern, Adlige haben Pacht, Priester den Zehnten, Händler haben was zu verkaufen, Handwerker kriegen Lohn und Bauern brauchen kein Geld, weil sie Felder haben. Lehrlinge kriegen auch Lohn, Arbeiter ebenso. Wir könnten arbeiten. Aber, Ellie, ich kann nicht arbeiten wie ein gemeiner Mann. Ich bin der Sohn eines Grafen. Nicht mehr. Du hast gehört, was der Aufseher sagte. Wir sind jetzt nicht besser als alle anderen. 32, 33, 34. Auf jeden Fall ganz interessant ist es jetzt. Bist du sicher, dass das stimmt? Bevormunde mich nicht, Meg. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dein Geschäft ist in guten Händen. Lass mich nochmal die Liste von gestern sehen. Natürlich. Ja, jedenfalls interessant, dass sie sich jetzt Gedanken machen müssen, wie denn normale Menschen überhaupt an Geld kommen. 3, 10, 15. Käftige Karatechnik, Fessler, nichts, was man dringend bräuchte. Ich könnte eine neue Tasche gebrauchen. Aber nein. 22. Erst müssen wir wissen, wie es weitergehen soll. Ja, natürlich wird das Reden mit der die Lösung sein. Aber hauptsächlich Wurzeln und Rüben. Bin froh, dass wir gestern wenigstens etwas Brot gekriegt haben. Nein, das können wir uns nicht leisten. Und du? Er versucht, sich anzupassen. Vergebens. Ich muss für ihn stark halten. Mir geht's gut, Ali. Wollhändler. Er versucht, sie bei Laune zu halten. Frau aus dem Burghof. Verzeihung, Herren. Oh, ich hab dich doch schon mal gesehen. In Burghof vor dem Kerker, stimmt's? Du hast Mummen in dem Aufzug darum zu laufen. Oh, das war nicht sehr nett. Was gibt's? Ja, könnt ihr das Geld suchen morgen. Wir suchen Arbeit. Wir brauchen Geld und wollen dafür hart arbeiten. Weißt du überhaupt, worum es hier geht? Wolle. Dies ist ein Wollhandel, nicht wahr? Und was tun Wollhändler? Wolle verkaufen? Nein. Naja, letztlich schon. Aber erst müssen wir die Wolle von den Bauern kaufen. Die Bauern bringen die Wolle und die Flamen nehmen sie mir ab. Ich muss sie nur transportieren, zwischenlagern und einen guten Preis erzielen. Und das ist billiger, wenn man's alleine macht. Mit ein bisschen Hilfe von mir, genau genommen. Könnt ihr das Geld borgen? Könntet ihr uns etwas Geld borgen? Wohl kaum. Wofür? Wir müssen mit unserem Vater reden. Er ist Gefangener im Kerker der Burg. Und der Aufseher will uns erst zu ihm lassen, wenn wir ihm einen Penny geben. Wenn ihr ihn wiederseht, wird er zwei Pennys verlangen. Mindestens. Was sagt ihr da? Na, wenn Odo sieht, dass jemand etwas sehr dringend will, dann verlangt er mehr. Am Ende ist er auch nur ein Geschäftsmann. So werden wir Vater nie sehen. Könntet ihr uns helfen, mit ihm zu reden? Tut mir leid, aber nein. Was wolltet ihr im Gefängnis? Was wolltet ihr im Gefängnis? Entschuldigung, ich wollte nicht neugierig sein. Mein Mann ist auch im Gefängnis. Ihm gehört das Geschäft. Aber er soll Waren mit Untergewicht verkauft haben. Jetzt muss ich nach Flandern reisen und unseren Handelspartnern klar machen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Während ich mein ganzes Geschäft diesem Mann hier anvertraue. Ah, eine kluge Entscheidung. Einem Mann, dessen Rechenkünste einiges zu wünschen übrig lassen. Ich sag euch was. Ich werde euch genug geben, um Odo zu bezahlen, wenn ihr uns helft, die Wollsäcke drin zu zählen. Könnt ihr zählen? Ich hab dir gesagt, dass meine Zahlen stimmen. Da drin sind 23 Säcke. Ja, wir können zählen. Dann geht rein und sagt mir, wie viele es sind. Vielen Dank. Komm, Richard. Das machen wir zu zweit. Säcke auf dem Boden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, 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 fünftzehn. Wenn du fertig bist. 18, 19, 20, 21, 22, sollten es nicht 23 sein? Habe ich zu viele gezählt? Ich zähle nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, fünftzehn, fünftzehn, fünftzehn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wie viele hast du? 23. Bist du sicher? Glaub schon. Bitte zähl nochmal. Bitte zähl nochmal. Was? Wieso? Um sicher zu sein, dass du richtig gezählt hast. Nur wenn du auch nochmal zählst, Ellie. Mach ich. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, elf, sieben, acht, neun, zehn. 16. Elf, zwölf, dreizehn. Fertig. 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 15, 20, 21, 22, 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 22 Es sind 22. Ja. Sagen wir es Ihnen. Wir sind fertig. Gut. Wie viele sind es? 22. Alles in allem sind es 22 Volt Senke. Sag mir noch mal, Aldis, wie viel hast du pro Sack bezahlt? Wie ich sagte, für eine gemischte Qualität wie hier im Schnitt ein Pfund. Ein Pfund pro Sack? Ja, Wolle verkaufen ist ein gutes Geschäft. Wenn man das Geld hier vergleicht, dann heißt das... Ich hab recht. Uns fehlt ein Sack. Die Kinder haben sich verzählt. Wie es scheint, verzählen sich alle außer dir. Hier ist deine Belohnung, Mädchen. Du hast meine Zählung bestätigt. Darum gebe ich dir mehr, als du wolltest. Ein Penny und zwei Halbe. Aha, also insgesamt zwei. Wenn ihr schlau seid, findet ihr heraus, was Odo noch mehr will als Geld. Dann gibt er sich vielleicht mit weniger zufrieden. Was könnte das sein? Sagen wir einfach, er möchte sich ab und zu auch als guter Mensch fühlen. Dann kommt er sich nicht so wie das Ungeheuer vor, zu dem seine Arbeit ihn gemacht hat. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Und viel Glück in Flandern. Wird schon schief gehen. Du hast ihnen wirklich Geld gegeben? Ich kann mit meinem Geld tun, was immer ich möchte. Im Gegensatz zu dir. Also nimm dir kein Beispiel dran. Hände weg von dem Karren. Wir haben ihn gerade beladen. Max Handel untersuchen. Da Kleidung am häufigsten aus Wolle angefertigt wird, ist der Wollhandel ein gewinnversprechendes Geschäft. Schafe sind ein beliebtes Farmtier, da sie anspruchslos sind, aber Wolle, Milch, Fleisch und Haut für Päckament geben. Viele Schäfer lebten außerhalb von Städten, da dort ihre Tiere grasen. Es kostet Zeit, Geld und Energie zu möglichen Kunden zu reisen. Bald haben Händler wie Mac und ihr Mann sich dies zunutze gemacht und haben die Wolle vor Ort gekauft, um sie selbst zu Stadtmärkten zu bringen. Ihr Gewinn hängt davon ab, wie gut sie verhandeln. Macs Ehemann wurde aufgrund einer Anklage des Betrugs ins Gefängnis geworfen, worauf sie das Geschäft übernommen hat, um ihren Ruf wieder herzustellen. Das mit der Karte, das hat jetzt eigentlich auch gar keinen Belang mehr, oder? Naja, das wird einmal am Anfang benutzt und ist seitdem sinnlos. Das war einmal ein Gimmick, das hätten sie besser als Gegenstand oder so mal gemacht, den man dann benutzt und wieder verliert. So, Markt, Markt, Taverne, das Lazy Meer. Es ist nah beim Schloss, hier haben sich bestimmt viele Adlige einkortiert. Und da hinten ist das Schloss. Jetzt können wir jetzt mal hier rumreisen. Da will ich nochmal hin. Da ist eine Mühle. Fleischhändler, Manufakturen. Da sollte ich nicht hingehen. Ich sah mal einen Mann um einen Penny betteln. Sie haben ihn fast zu Tode geprügelt. Wovor ist denn das ganze andere dann im Spiel? Alles, was sie hier haben, ist Blut und Fleisch. Und die fettesten Ratten von ganz England. Handwerksbetriebe, wo man Leder und Tuch macht. Igitt und Bier braut. Alle sind so geschäftig. St. Michael, eine windschiefe Kirche im Schatten der Stadtmauern. Frage mich, ob noch Leute zum Beten herkommen. Es ist niemand drin. Hier aber ist es niemand da. Gasthaus, Kirche. Noch eine Kirche. Die Mönche sind anscheinend nicht da. Synagoge. Drin betet ein Mann. Ich sollte ihn nicht stören. Viele Juden haben sich in den letzten Jahren hier angesiedelt. Winchester ist eine der wenigen Städte, wo sie in Ruhe gelassen werden. Ich möchte sie lieber nicht in ihrem Gebetshaus stören. Jüdisches Viertel muss das Judenviertel sein. Viele arbeiten hier als Goldschmiede und Geldverleiher. Keine Christen, also dürfen sie sonst nichts tun. Da haben wir noch eine Kirche. Ja. Ja, da haben wir noch Kathedrale. Hier gibt es niemanden, mit dem man reden könnte. Das wird aber vermutlich komplett sündlos sein. Bitte Gott, bitte hilf uns Vater zu finden. Oh, Moment, da ist ein Mönch. Er sieht ganz freundlich aus. Vielleicht kann er uns helfen. Er sieht ganz freundlich aus. Vielleicht kann er uns helfen. Mhm. Sie haben Vater in den Kerker geworfen. Vielleicht kann er mir helfen. Eine Spende, die nehme ich gerne an. Aber ein Penny reicht. Hier habt ihr den anderen zurück. Ein Rätsel. Was? Ein Rätsel. Für euch. Wenn es sein muss. Nichts ist unmöglich. Ein Hund, eine Katze, ein Hase oder ein Bär. Was? Nichts ist unmöglich. War das nicht ein Affe? Ein Hase, ein Bär. Ich sag mal, Katze, ein Hase. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ein Hase? Ganz genau. Noch ein Rätsel. Oh ja. Richard. Wer wartet im Konzil der Elemente? Ein König? Ein Prinz? Ein Zimmermann? Oder ein Bettler? Verstehe ich nicht. Konzil der Elemente. Keine Ahnung. So, ich sag mal, Zimmermann. Ein Zimmermann? Nein, das ist falsch. Geht bitte. Aha. Das wird nicht helfen. Das wird nicht helfen. Ah. Ja, gut. Könnte man natürlich nochmal laden und das dann so oft machen, bis es klappt. Aber... Wäre ja schon irgendwo interessant zu sehen, was man da zusätzlich machen kann. Ähm. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo der dann automatisch gespeichert hat. Oder ob man da so drauf zugreifen kann. Ich mach hier mal kurz einen Schnitt und dann schau ich mal grad. Äh. Kann man das irgendwie anhalten? Äh. So, weiter geht's. Das war ein bisschen umständlicher, als ich das gedacht hatte. Und zwar habe ich das ganze Stück nochmal neu spielen müssen, um wieder hier hinzukommen. Ähm. Einen Autosave hatte der da nicht gemacht. Beziehungsweise hatte er gemacht, aber da war ich dann schon wieder dran vorbei. Ähm. Jetzt habe ich hier nochmal manuell gespeichert. Jetzt probieren wir das nochmal aus. Er sieht ganz freundlich aus. Vielleicht kann er uns helfen. Hm. Ähm. Der ist übrigens auch, der taucht schon in der Nacht auf. Das habe ich hier gemerkt. Dann fangen die irgendwann an zu bimmeln. Und dann kann man auch zur Kirche gehen. Das habe ich aber jetzt einfach mal wieder genau so gemacht, dass ich da hingegangen bin. Er sieht ganz freundlich. Vielleicht kann er... Jetzt machen wir das ja. Eine Spende? Die nehme ich gerne an. Aber ein Penny reicht. Hier habt ihr den anderen zurück. Ein Rätsel. Was? Ein Rätsel. Für euch. Wenn es sein muss. Nichts ist unmöglich. Ein Hund, eine Katze, ein Hase oder ein Bär. Ein Hase. Ein Hase? Ganz genau. Noch ein Rätsel. Oh ja. Richard. Wer wartet im Konzil der Elemente? Ein König? Ein Prinz? Ein Zimmermann? Oder ein Bettler? Verstehe ich nicht. Konzil der Elemente. Dann sagen wir jetzt mal Prinz. Ein Prinz? Aber ja. Ganz genau. Sagt. Möchtet ihr euch ansehen, wie unsere Buchmalerei entsteht? Nein. Nicht wirklich. Richard. Oh, Buchmalerei, sagt ihr? Natürlich. Danke. Das ist sehr freundlich. Hier entlang, bitte. Bitte, kommt herein. Unsere Mönche haben ein Schweigegelübde abgelegt. Es riecht hier so muffig. Psst. Sie leben für ihre Arbeit. Ihre Arbeit für unseren Herrn. Sie haben ganz Shiring und die Welt darüber hinaus bereist. Und nun arbeiten sie für unser Kloster, um ganz England in seiner himmlischen Pracht abzubilden. Seht euch nur um. Aber stört sie bitte nicht. Sie haben nicht viel Zeit, um ihr Werk zu vollenden. Natürlich. Danke. Das ist alles sehr interessant. Ich vermute fast, dass das hier so ein Entwickler-Goodie ist. Dass wir hier auf so einen Hasen von Harveys neue Augen treffen oder sowas. Die Kathedrale von Kingsbridge. Wir gingen immer an Festtagen hin. Mit Vater. Scheint mit seinem Entwurf unglücklich zu sein. Zeichnet ein menschenleeren Ort. Und hier geht ganz in seiner Arbeit auf. Illustriert ein Text über eine Reise in die Normandie. Merkt nicht mal, dass er Zuschauer hat. Arbeitet an der Darstellung eines Winterwalds. Ganz in sein Werk vertieft. Ist das die Kathedrale von Lincoln? Okay, da scheint aber doch sehr ernst zu sein. Also jetzt nicht auf Referenzen irgendwie gemünzt. Unsere Büro. Unglaublich. Und Szenen aus einem Wald. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich bin mir sicher, dass ich noch nie dort war. Sehr seltsam. Pergament mit Abbildungen. Viele Leute hier abgebildet. Und sie sehen alle so seltsam und farbenfroh aus. Da können wir uns aber etwas näher angucken. Wer sind diese Leute, Ellie? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wissen will. The Team. Ja, okay. Dann ist das ja genau. The Delic. War das doch ein Entwickler Dingens, wie ich schon meinte. The Team wishes to thank Ken Follett and Barbara Follett. The Follett office. Darren Cook for the official Logos. The Team's friends and family. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Kommen wir hier auch wieder raus? Deal. Dann haben wir das auch sehr aufgeregt. Wir sollten besser gehen. Ja, mehr ist ja auch nicht. Nein, wir sollten jetzt gehen. Oder er wird uns noch mehr zeigen wollen. Nein, wir sollten jetzt gehen. Oder er wird... Okay, also gehen wir. Wollt ihr schon gehen? Wir müssen wirklich weiter. Ja, einen schönen Tag noch. Was hast du dir dabei gedacht, Ellie? Ich weiß. Ich hätte ihm sagen sollen, dass wir keine Zeit haben. Tut mir leid. Dann können wir das Ganze aber jetzt auch weiterführen. Und gehen zum Schloss. Beziehungsweise zum Gefängnis. Und da sollten wir ja irgendwie... ...den mit weniger zufrieden... ...werden lassen. Vielleicht will der aber auch zwei Pennys jetzt haben. Und wir müssen den wieder auf einen Penny runterhandeln oder so. Gib ihm den Penny. Alles klar. Mit dem einen kommst du rein. Wenn dein Bruder auch mit will, macht das zwei Pennys. Seid ihr des Wahnsinns? Das entspricht nicht der Vereinbarung. Das habe ich nicht von dir erwartet. Meg sagte, dass du versuchen würdest. Nur das. Das hätte ich von dir nicht gedacht. Wieso nicht? Schlimmer als deine Gefangenen. Ich dachte, du wärst ein anständiger Mensch. Ich dachte, du wärst ein anständiger Mensch. Nun ja. Das... Das bin ich. Aber ich mach auch schon mal einen Witz. Wollte euch nur foppen. Ihr kommt natürlich umsonst rein. Viel Spaß bei eurem Vater. Ja, viel Spaß. Ja, ist ja fast wie im Phantasia-Land hier. Vater? Alina? Bist du es, Alina? Oh, Vater. Was haben sie dir angetan? Du bist es wirklich. Und dieser große junge Mann ist mein Richard? Ja, Vater. Wie groß du geworden bist. Hast du schon einen Bart? Schon ein bisschen. Er sprießt noch ziemlich spärlich. Geht es euch allen gut? Wie seid ihr zurechtgekommen? Wo lebt ihr jetzt? Sie haben mir nicht das Geringste über euch berichtet. Das war die schlimmste Tortur. Wir haben alles verloren. Uns geht es gut. Uns geht es gut, Vater. Mach dir keine Sorgen. Wir sind auf der Burg geblieben. Matthew hat sich um uns gekümmert. Ihr könnt doch nicht bleiben. Inzwischen hat der König sicher diesen fetten Töbel Percy Hamley zum Grafen ernannt. Aber wo ist Matthew? Warum ist er nicht bei euch? Er konnte fliehen. Er wurde umgebracht. Die Hamleys haben ihn umgebracht. Nein. Aber uns haben sie nichts getan. Was ist mit deinem Ohr geschehen, Richard? Es ist nichts. Nur ein Kratzer. Vater. Wir müssen König Stefan bitten, dich freizulassen. Nein. Ich habe König Heinrich einen Eid geschworen. Prinzessin Magdill und ihre Söhne werden regieren. Ich habe Stefan keine Treue geschworen. Und ihr werdet es auch nicht tun. Selbst wenn die anderen Barone es taten. Hört ihr mich? Ja, Vater. Stefan ist nicht unser König. Nicht meiner und nicht eurer. Bitte, Vater. Bitte beruhige dich. Ja, der ist nicht immer so gesund. Heu. Ein schrecklicher, saurer Geruch. Das Trippeln von Ratten. Wie können sie ihn hier schlafen lassen? Ob der König das weiß? Wenn er es weiß, dann ist er nicht besser als William Hamney. Wert auf. Alle beide. Was haben wir sonst noch? Das ist der. Dann haben wir den. Wir haben Tür. Sie wollen nicht, dass Vater hier wieder freikommt. Wer kann uns jetzt helfen? Das ist unerträglich. Wasser. Wo kommt das Wasser her? Es stinkt nicht so schrecklich wie alles andere hier. Hier ist Wasser. Gib Vater was davon. Ich brauche etwas, um das Wasser aufzufangen. Dieser tolle Eimer da. Eimer. Was für ein Gestank. Ist das nur Wasser? Was ist da drin? Er versucht es nicht zu zeigen, aber er hat Angst. Er hat einen Grund, sich zu fürchten. Er sollte Vater nicht zu sehen müssen. Kannst du Vater etwas Wasser holen? Ja, da ist ein Krug. Der Krug hat einen Sprung und ist dreckig. Vielleicht können wir den mit dem Heulen flicken. Ich muss Wasser finden. Das Wasser riecht muffig. Danke. Kinder. Als die Hemmleys mich herbrachten, habe ich 50 Byzantiner in einem Geldgürtel. Unter meinem Hemd versteckt. Ich gab sie einem Priester. 50? Welchen Priester? Ich kenne seinen Namen nicht. Ich gab ihm den Geldgürtel und flehte ihn an, ihn sicher für euch zu verwahren. Es war nahe beim West-Tor. Wir müssen dich frei bekommen. Erst müssen wir dich frei bekommen. Vater, dieser Ort wird nicht gut bewacht, wenn der König fort ist. Mit ein paar Mannen könnte ich dich hier rausholen. Nein! Nein! Daran ist überhaupt nicht zu denken. Eure Tante Edith lebt im Dorf Hartley an der Straße nach Gloucester. Dort geht hin. Richard, du wirst Schildknappe deines Onkels Sir Simon werden. Du wirst die Fertigkeiten des Rittertums erlernen. Aliena, du wirst bis zu deiner Verheiratung Tante Edith Kammerzofe sein. Was ist mit dir? Ich werde in dieser Zelle sterben. Das lassen wir nicht zu. Das müsst ihr. Bevor ihr geht, werdet ihr mir beide einen Eid schwören. Ihr könnt dich nicht einfach hier lassen. Ihr könnt. Und ihr werdet. Richard, zieh dein Schwert heraus. Lege deine Hand auf das Heft, mein Sohn. Schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du nicht eher ruhen wirst, als bist du Graf von Scheiring und Herr über alle Ländereien bist, über die ich ans gebot. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich nicht eher ruhen werde, als bis ich Graf von Scheiring und Herr über alle Ländereien bin, über die du einst gebotest. Jetzt du, all jener, schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass du für deinen Bruder Richard Sorge tragen wirst, bis er sein Gelübde erfüllt hat. Aber ich... Ellie, das ist kein Spiel. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Gut. Und nun an braucht ihr nie wieder herherzukommen. Sag das nicht. Ihr habt mir versprochen, zurückzubewinden, was uns zusteht. Heute werde ich meine Sünden bekennen. Bege ich für meine Seele. Geht jetzt. Richard. Richard. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wache! Öffne die Tür. Ich finde Bartholomeos Geld. Das war jetzt beim Ost-Tor, glaube ich. Oder beim West-Tor. Wachmann, Antinuil. Klingt nicht sehr freundlich. Wir haben mit diesem Kerl schon zu viel Zeit verschwendet. Und ein Priester beim Tor. Percy Hamley, Bischof Wolloran, guten Morgen. Ali! Sie sind es, da drüben! Die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steh da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder. Entschuldigt. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er. Verhandlungsplakat. Aha. Untersuchen. Belohnung für die Ergreifung von Aliena und Richard von Shiring. Kinder des Verräters gegen die Krone Bartholomeos von Shiring. Vergehen Pferdediebstahl und möglicher Verrat. Mädchen, schlank, lockriges, braunes Haar. Junge, schmächtig. Kurzes, braunes Haar. Ihm fehlt ein halbes Ohr. Belohnung von 5 Kronen pro Kopf. Auslieferung an den Vogt von Shiring. Ellie! Ellie! Diese schrecklichen Leute wollen zusammen zum König gehen. Wir wussten das vorher, nicht wahr? Ja. Ja, sicher. Vater hatte Recht. Die stecken alle unter einer Decke. Die Hemlys, der König, sogar die Kirche. Glaubst du, dass Vaters Priester auch dazu gehört? Wir müssen ihn erst finden. Dann werden wir es wissen. Äh, Mönche. Frauen. Markt. Da haben wir aber einen Typen. Ritter. Ritter. Vater gab sein Geld in einen Priester am Westtor. Wirkt ein Gespräch. Ja. Opa. Möncheли. Ja. Mönche. Entschuldigt. Weitkinder, wir sind gerade erst angekommen. Wir sind hier, um am Schrein von St. Swithin zu beten. Gewiss wird St. Swithin auch dein Ohr heilen, mein Junge, so Gott will. Oh, au, ich bin so froh, wenn mein Fuß geheilt wird. Kannst du schon die anderen Pilger sehen, Bruder Bernadus? Noch nicht, Bruder Peter, noch nicht. Mhm. Äh, Vestor, dies ist der breiteste und beliebteste Weg nach Winchester. Von hier aus führt die High Street weiter bis zum Ost-Tour. Wir können noch nicht gehen. Mhm. Mhm. Naja, den Rittern entgegenzulaufen macht vermutlich wenig Sinn. Verkaufsstände. Dann gehen wir nochmal hier hin. Ach, da sind auch Ritter. Willst du, er lässt uns zusehen? Er kann mit ihnen machen, was er will, solange die Kohle stimmt. Ihr spielt Verstecken mit zwei Kindern. Ihr solltet uns dafür bezahlen. Oder macht es euch keinen Spaß? Oh, Riesenspaß. Aber... Hey, da sind sie ja, da drüben. Na, ihr beiden? Ab nach Hause mit euch. Euch erwartet eine Menge Ärger. Bleib von uns weg. Ellie. Nein. Das war's wohl. Wir haben euch. Äh, die End. Nochmal. Mhm. Mit den Menschen hat der nicht gespeichert. Also auf zum Markt können wir dann auch nicht. Entschuldigt. Oh, wie hat's? Oh, wie ist's? Wie ist's? Nuss. Frauen? Ah, seht euch diesen jungen, hübschen Mann an. Ah, äh. Guten Tag, meine Damen. So höflich. Und seht mal, er hat sogar ein Schmiss am Ohr. Gefällt dir, was du siehst, Kleiner? Na, du kannst uns alle beide haben, wenn du zahlen kannst. Habt ihr einen Priester gesehen? Unser Vater ist ihm hier am Westtor begegnet. Er schuldet uns Geld. Au, von dem redest du? Daher hat er das ganze Geld. Was? Er hat Mary sogar das Kleid bezahlt. Erst wollte er ja nicht. Aber nachdem sie ihm den Kahlkopf gestreichelt hat... Wo ist der Priester? Wie heißt er? Äh, weiß nicht, wie er heißt. Ihr findet ihn in so einer Kneipe. The Boar am Nordtor. Stinkt wie Bisseter. Soll ich's dir mal zeigen, Hübsche? Wie man mit einem Mann vögelt? Oder einer Frau? Mit nem so süßen Mund könntest du ein Vermögen verdienen. Aber in nem Jahr siehst du aus wie ich. Ein Priester hat eine Menge Geld in einem Gasthaus namens The Boar ausgegeben. Aha, da oben. Hier sind wir richtig, aber es ist geschlossen. Ähm, entschuldige bitte. Wir suchen einen Priester, der uns Geld gestohlen hat. Es heißt, dass er häufig hierher kommt. Ein Priester? Tut mir leid, Kinder, aber ich kann mich an keinen erinnern. Äh, auf den die Beschreibung passt. Aber dieser kleine Stallbursche könnte es wissen. Er kennt jeden, der hier kommt und geht. Wo können wir ihn finden? Wer er nicht in The Boar ist, macht er Gelegenheitsarbeiten in der Stadt. Immer auf Zack, der kleine Karl. Trägt eine grüne Mütze. Schnuckelig, sag ich euch. Aha, ein Stallbursche vom Gasthaus The Boar kennt den Priester vielleicht. Er trägt eine grüne Mütze. Mhm. Da ist er. Stallburschen. Das kommt davon, wenn man mit Blödmännern arbeitet. Wie soll ich dieses Fass heben, wenn es zweimal so schwer ist wie ich? Lass mich helfen. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank dafür. Ich sag's Ihnen ja immer. Wenn ihr wollt, dass ich euch das Lager auffülle, dann macht die Fässer nicht so randvoll. Also, was wolltet ihr wissen? Kennst du einen Mönch, der häufig im Boar zu finden ist? The Boar? Ich hab da schon mal gearbeitet. The Boar, The Lazy Mare und zwei private Küchen. Ihr redet über Vater Ralf. Ich dachte, die Frauen hätten ihn bis aufs Blut ausgesaugt. Aber irgendwie ist er immer wieder mit mir zurückgekehrt. Aber er gibt es nur für Bier und Frauen aus. Nie ein Trinkgeld für mich. Wo können wir ihn finden? Er ist Priester an St. Michael. Eine von den Kirchen hier. Wo ist sie? Nahe beim Osttor. Aber sucht ihn nicht am Altar. Er hängt meist in der Gasse dahinter rum. Danke. Du hast uns sehr geholfen. Gern geschehen. Man sieht sich. Aha. Vater Ralf, der Kirche, St. Michael, hat vermutlich unser Geld. Hat er eigentlich nicht gesagt. Okay. Ja. Das macht Sinn, dass das Osttor ist. Äh. Dann. Kirche. Wollt ihr Vater Ralf? Und wenn es so wäre, was dann? Heißt das ja? Ich denke schon. Er ist der einzige Mönch hier in der Gegend. Was wollt ihr? Ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem Grafen von Shireen. Na und? Wir wollen das Richard ausreden. Mein Vater gab euch Geld. Fünfzig Byzantiner. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meint ihr das? Wie ich es sage. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt raus mit euch. Ne, ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir verhungern. Dann bettelt um Almosen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele Leute leben so. Ihr sagt also, es gibt kein Geld? Jetzt hast du's kapiert. Mein Vater hat aber gesagt... Dann hat er gelogen. Wir sollten mit dem Vogt reden. Es wäre mein Wort gegen das Wort eines Verräters im Kerker. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab Hunger. Er hat recht, oder? Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Zum Beispiel? Vielleicht hat er kürzlich was gekauft, was ein Mönch sich nicht leisten kann. Das ist gut, Ellie. Und dann? Keine Ahnung. Wenigstens sind wir dann sicher, dass er lügt. Vielleicht gibt er es zu, wenn wir ihn bloßstellen. Bist du sicher? Nein, aber man kann ihm ansehen, dass die Schuld an ihm nagt. Naja. Behalte ihn im Auge. Ich seh mich mal um. Okay. Wir haben ein Hühnchen. Fette Hühnchen. So nah an einem Feuer. Ihr Magen knurrt. Äh. Gasse. Das Ostviertel von Winchester. Niemand nimmt Notiz von uns. Fass. Riecht nach ziemlich starkem Bier. Muss ein Vermögen gekostet haben. Darunter schaut ein Stück Leder hervor. Das ist zu schwer. Mh. Hey. Oh. Gehört das euch? Ich wusste nicht, dass ein armer Mönch sich sowas leisten kann. Jetzt können wir aber an das Leder. Das ist der Geldgürtel vom Vater. Der Geldbeutel fehlt. Richard, ich hab's gefunden. Oh nein. Das ganze Geld ist weg. Was jetzt? Sprechen wir den nochmal an. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Ich habe das hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Gür. Der Vogt ist ein Bastard. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Gebt uns das Geld. Gebt uns das Geld. Es gehörte einem Hochverräter. Indem er es mir gab, hat er seine Schuld vor Gott bezahlt. Du bist es, der bezahlen wird. Du Widerling. Ihr werdet doch keinem Kirchenmann wehtun. Was muss hier irgendwann einfach nichts machen? Mh, super. Bedrohen. Richard, du bewahrst die Gasse. Setz ihm das Messer an die Kehle. Hilf! Was? Du bist ein Teufel. Jetzt steche ich euch die Augen aus. Eins nach dem anderen. Er ist das Linke. Nein! Bitte nicht! Wo ist das Geld? Hier, hier. Ich hab's bei mir. Vaters Geld. Der Priester hat einen Großteil bereits ausgegeben. Wo ist der Rest? Weg! Was soll das heißen, weg? Ich hab's ausgegeben. Nehmen wir den Rest und verschwinden wir. Na gut. Eines Tages komm ich wieder. Und dann rechnen wir ab. Du warst wunderbar, Ellie. Hey, der Kerl war halb tot vor Angst. Ja, jetzt komm. Vater will, dass wir zu Tante Edith gehen. Mhm. Dann machen wir das jetzt auch noch. Wir reisen mal rüber. Suche nach Tante Ediths Heimat Dorf Huntley. Auf der Straße nach Gloucester fingen meine Füße an zu bluten. Ich erinnerte mich an einen Schuster, der in der nahegelegenen Stadt Haystead wohnte. Der könnte uns ein paar Schuhe verkaufen. Aber der Umweg würde uns sowohl Geld als auch Zeit kosten. Mhm. Sollten wir da nur wohl machen. Der Schuster war ein schweigsamer Mann, der wenig für Kinder übrig hatte. Als ich nach einem Paar seiner billigsten Stiefel fragte, musterte er mich von Kopf bis Fuß. Dann hob er den Finger und zeigte auf ein Paar, das uns mehr als die Hälfte unseres verbliebenen Geldes kosten würde. War nach einem billigeren Paar. Der Schuster sah uns erneut prüfend an. Sein Blick glitt über Richards Schwert, während er der ungeduldigen, aber gehobenen Art lauschte, wie ich redete. Am Ende hielt er die Schuhe hoch, an denen er gerade arbeitete. Unfertig, grob und zerfranst. Dann nannte er einen Preis, der zwar niedriger war, aber dennoch vollkommen überteuert. Mhm. Billig und Schen... Nö. Lehn ab und gehe. Ja. Ich merkte, wie Richard mich anstarrte, als ich den Mund verzog und das schäbige Angebot höflich ablehnte. Dann kehrten wir zur Straße zurück, ich immer noch mit blutenden Füßen, und wir nahmen eine Abkürzung durch den Wald, um die verlorene Zeit aufzuholen. Am Nachmittag verdunkelte sich der Himmel, und es wurde bitter kalt. Wir überlegten, ob wir ein Lager aufschlagen und die Gelegenheit nutzen sollten, unsere zerschundenen Füße zu wärmen. Doch unsere Vorräte gingen bereits zur Neige, und es wurde Zeit, dass wir unser Ziel erreichten. Na gut, schlage ein Lager auf und ruhe dich aus. Richard war eine Zeit lang stillgeblieben, als ich ihm unser letztes Stück Brot anbot. Onkel Simon wird dich zum Ritter machen, sagte ich. Aber werde ich dann nicht für König Stefan kämpfen müssen? Fragte er zurück und biss von dem trockenen Wecken ab. Ich sah ihm zu, wie er kaute, und dachte darüber nach, wie erbärmlich und unendlich komplizierter unser Leben geworden war. Und dann geht's weiter. Frage nach dem Weg. In dem hügeligen Land gab es viele armselige Bauernkarten. Wir fragten einen Schäfer nach dem Weg nach Huntley. Noch ein Stück die Straße runter, antwortete er. Ich dankte ihm und gab Richard einen hoffnungsvollen Schubs. Verlassenes Haus? Okay, es sieht jetzt nicht mehr so top aus. Regal. Vom Regen durchnässt, es ist ganz weich und verfault. Überall Schimmel. Es ist alles verbrannt und verrottet. Loch, das ganze Holz verrottet. Was ist hier geschehen? Onkel und Tante noch am Leben? Tante Edith und Onkel Simon müssen lange fortgezogen sein. Vielleicht haben sie sich irgendwo ein neues Haus gebaut. Ein richtiges aus Stein. Kamin, Feuer außer Kontrolle geraten, Haus mit Absichten brandgesetzt. Werden wir es wohl nie erfahren. Geld genug für ein Steinhaus hatten sie schon immer. Vielleicht ist das nicht mal das richtige Haus. Doch. Woher willst du das wissen? Es ist lange her, seit wir hier waren. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Hör auf, Ellie, bitte. Sie sind weg. Wahrscheinlich ermordet. Was auch geschehen ist. Wir werden sie nie finden. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ort mehr, wohin wir gehen können. Kamin. Okay, Schutz. Ein paar Körbe und ein Butterfass. Ich kann mich nicht erinnern, dass Tantchen Butter machte. Vielleicht ist es nicht von ihr. Nicht viel übrig, aber riecht immer noch faul. Mir wird schlecht. Tür, ist es wirklich ihr Haus? Onkel Simon ist ein Ritter. Könnte sie ja ein Steinhaus leisten. Gib nicht auf. Start vor sich hin, was er wohl denkt. Vater ist deutsch, Matthew, und hat ihn vor seinem Tod versteckt. Okay, dann gehen wir raus. Niedergebranntes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind Edith und Simon hin? Was ist hier passiert? Untersuchen. Edith und Simons Schicksal. Alena und Richard hatten eine Tante, die im Dorf Huntley lebte. Alena hat nur wenige Erinnerungen an sie und ihren Mann Simon, da sie nach dem Tod von Alenas Mutter aufhörten, ihre Verwandten in Oels Castle zu besuchen. Edith war laut Hörensagen eine schmächtige, nervöse Frau, ganz wie Alenas Mutter und ihr Ehemann Simon ein großer, äh, ernster und wortkarger Mann. Es ist zu vermuten, dass die politische Unruhe um Alenas Vater dazu führten, dass die beiden als Verwandte des Verräters angegriffen wurden, weshalb sie ihr Zuhause, ihre Ländereien und vielleicht sogar ihr Leben geben mussten. In besserem Zustand als das Haus. Simon Edith könnten noch nicht lange fort sein. Stall. Sieht besser aus als das Haus. Feuer verschont. Schlafplatz für die Nacht. Können wir hier irgendwie nach links oder rechts zoomen? Ah, hier. Geh spazieren. Also, vielleicht stolpern wir da über ein anderes Haus. Schäfer. Naja, der wird wohl mehr wissen. Es gibt in der Nähe sogar noch mehr. Viele Schäfer benutzen diese Weiden. Es gibt in der Nähe sogar noch mehr. Ja. Sack voll Wolle wie die Säcken Maggies Lager. Vielleicht kommen einige sogar von hier. Er hat uns vorhin geholfen. Äh, jetzt nimmt er mich kaum wahr. Das Ganze seine Arbeit vertieft. Wann hat er denn geholfen? Nochmal guten Tag. Guten Tag. Nach Huntplay geht's dort entlang. Du kannst es nicht verfehlen. Ich weiß. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Leute, nach denen wir gesucht haben, vertrieben wurden. Oh, das ist eine Schande. Was tut ihr da? Sitzern des abgebrannten Hauses dort hinten geschehen ist? Sucht ihr vielleicht nach Simon? Ja, so ist es. Vor kurzem kam eine Bande Ritter zu seinem Haus. Üble Kerle. Haben alles abgefackelt. Sagten, er sei Teil einer Verschwörung gegen den König, wie sein Bruder der Graf. Was ist mit Simon und seiner Frau geschehen? Keine Ahnung. Hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich verstehe. Vielen Dank. Ja, es macht das Ganze auch Sinn. Wir hatten die ja bei dem Priester gesehen, wie die mit diesem Karren voll Wolle ankamen. Also wird die wahrscheinlich jetzt hier Arbeit finden. Äh, genau. Wir könnten dann eine Wolle nach Winchester bringen oder wir könnten dir helfen, Schafe zu scheren. Dann sagt er denn nein, aber ihr könnt meine Wolle wegbringen. Wir könnten euch helfen, Schafe zu scheren. Nee, an meine Herde lasse ich keine Fremden ran. Außerdem könnte ich nichts dafür zahlen. Wir haben kein Geld. Wir könnten eure Wolle nach Winchester bringen. Ihr könntet zu Hause bleiben und euch um eure Frau kümmern, während wir eure Ware verkaufen. Das wäre sehr freundlich von euch. Aber woher weiß ich, ob ihr den richtigen Preis aushandelt und mir nachher auch das Geld bringt? Hm, naja. Naja, das haben wir wohl. Wie viel kostet ein Sack? Nennt euren Preis. Ein, einhalb Pfund. Hm, ein, ein Viertelfund. Kauf die Wolle für einen Pfund. Überprüfe erst die Qualität. Ich möchte erst die Wolle sehen. Gut, schau sie dir an. Hm, voll Wolle. Lass mal sehen. Hm, das ist ziemlich dünnes Vlies. Ich hab die billigen nach oben gelegt, falls es mal regnet. Die weiter unten sehen auch nicht viel besser aus. Nun ja, ich konnte nicht warten, bis die Wolle dichter wurde. Meine Familie ist hungrig und schwach. Ich musste die Schafe diesmal früher scheren. Nun gut. Hm. Einen Pfund. Ich kann euch einen Pfund bieten. Das ist weniger, als ich in Winchester kriegen würde. Dann einen Viertel. Na ja, dafür nehmen wir die Arbeit ab. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich euch so viel zahle, wie ein Händler in Winchester. Wieso nicht? Schaut, ich biete euch nicht nur Geld, sondern auch die Gelegenheit, hier bei eurer Frau zu bleiben. Ihr bräuchtet euch über eure Wolle keine Sorgen mehr zu machen, denn das wäre dann mein Problem. Aber das geht nur, wenn ich sie für mehr verkaufe, als ich euch hier zahle. Hm. Du bist schlau. Also gut. Einverstanden. Ein Pfund pro Sack. Hier. Ich werde noch die alte Mabel hier scheren, dann bringe ich dir den Rest, den ich habe. Vielleicht willst du auch mit anderen Schäfern in der Gegend reden. Vielleicht wollen sie auch verkaufen. Ah, das mache ich. Danke. Übrigens, ein Mann hat nach dir gefragt. Er kam mir kurz nach dir vorbei. Ich habe ihm gesagt, du wärst nach Huntley gegangen. Wie sah er aus? Hm. Braunes, lotteriges Haar, Bart, schwarzes Pferd. Vielleicht ist er einfach an euch vorbeigeritten. Die alte Hütte ist nicht leicht zu finden. Soll ich ihm was ausrichten, wenn er wieder auftaucht? Sagt ihm, wir hätten Huntley verlassen. Das werde ich. Jetzt lass mich die Säcke holen. Ich frage mich, was Richard hiervon halten wird. Mhm. Karin, der Schäfer hat für mich die Wolle draufgeladen. Noch Platz für mehr. Was haben wir falsch gemacht, Ellie? Warum bestraft uns Gott? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wieso ich auf einmal einen Auftrag annehmen sollte, Wolle rüber zu schaffen. So von wegen, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ähm. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht, kleiner Bruder. Wir haben nur das erste Mal mit denselben Problemen zu kämpfen, mit denen sich andere dauernd herumschlagen müssen. Aber wir können nirgendwo hin. Wir sind jetzt gemeine. Gemeine, die nie gelernt haben, gemeine Arbeit zu tun. Und wir beide haben Vater einen Eid geschworen. Wenn wir die Grafschaft nicht zurückbekommen, kommen wir in die Hölle. Wer immer noch fatt ist Geld. Wir könnten Wollhändler werden. Wir könnten Wollhändler werden. Was wissen wir denn bitte über Wolle? Wir wissen von Meg, dass viele Schäfer über den langen Weg nach Winchester klagen. Was, wenn wir ihnen den abnehmen? Und was ist mit meinem Ziel, Ritter zu werden? Onkel Simon ist nicht der Einzige, der dich als Schildknappen annehmen kann. Wenn wir genug Geld verdienen, könnten wir einen anderen Ritter bezahlen, dich auszubilden. Das könnte gehen. Nicht wahr? Wir hatten bislang Pech, doch sicher ist nicht jedermann auf Erden unser Feind. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten imstande sein, nach und nach ein Vermögen aufzubauen. Alles, was wir brauchen, ist viel Geduld und Gottes Segen. Richard! Lord Hamley hat mich mit dem Pferd erwischt, dass ihr ihn gestohlen habt. Er meinte, ich darf ein bisschen mit euch spielen, bevor ich euch zurückbringe. Bleib weg von ihm! Ich bin fast etwas überrascht, dass das funktioniert hat. Richard! Alles in Ordnung? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, du lebst! Du lebst! Warum weinst du? Weil wir beide am Leben sind. Im Nachhinein betrachtet hatten wir Glück gehabt, dass er sich keine Knochen gebrochen hatte. Und dass sein Ohr so schnell verheilt war, nachdem wir die Wunde ausgebrannt hatten. Sonst hätte mein Bruder den Angriff in Huntley bestimmt nicht überlebt. Sobald er wieder gehen konnte, packten wir unsere Habseligkeiten und brachen auf. Und waren dankbar dafür, davongekommen zu sein und bereit, ein neues Leben zu beginnen. Sollten wir nicht jetzt auch ein Pferd haben? Ein paar Wochen später? Naja. Was macht deine Verletzung? Keine Sorge, mir geht's gut. Darf ich fragen, was ihr mit dieser ganzen Wolle vorhabt? Alena's Notizen über Handel. Um einen guten Preis zu verhandeln, muss man zuerst die Vorzüge der Ware anpreisen. Alles, was dir einfällt. Du musst deine Waren kennen. Wenn dein Geschäftspartner dann gewillt ist, über den Preis zu verhandeln, darf man es aber nicht mit den Forderungen übertreiben. Wenn man das Doppelte verlangt, wird sich der andere vermutlich vor den Kopf gestoßen fühlen. Wenn man aber zu bescheiden ist, könnte die Ware minderwertig erscheinen und die Verhandlungen uninteressant. Es ist also wichtig, einen vernünftigen Preis vorzuschlagen, der über dem liegt, den man selbst erzielen will. Das Gegenangebot kann dann beide Seiten zufriedenstellen. Bedenke, verhandle klug. Nicht nur beim Verkauf der Ware, sondern auch beim Kauf. Nur so kannst du einen Profit erzielen. Also sollten wir uns zuerst unsere eigene Wolle angucken. Ich hörte die Flammen zu einem gut verengentliche Ware. Das Wetter ist unser... Okay. Eine Wollprobe. Ja, und wie kann ich mir die jetzt angucken? Nein, aber der Händler hätte Interesse daran, es zu sehen. Mönch. Sieht netter aus als Ralf. Ah ja, und da ist der zorniger Mann. Was ist dein Problem? Schaut immer hier rüber. Es ist auf jeden Fall Philipp und Alfred, war das, glaube ich? Gemüse stand hauptsächlich Wurzeln und Rüben. Wenn wir die Wolle verkauft haben, gibt's auch was zu essen. Ich hoffe, dass er zahlt, was die Schäfer gesagt haben. Glaubst du, sie hätten uns angelogen? Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Hm. Nicht schlecht. Hm, das ist eine Menge Wolle, die du da hast. Ich hoffe, du hast nicht vor, einen Wollstand aufzumachen. Mac würde mir die Ohren langziehen, wenn ich das zuließe. Wir sind hier, um zu verkaufen. Wie würdet ihr mich daran hindern? Gesetzt den Fall. Wie würdet ihr mich daran hindern? Es ist einfach, einen Ruf zu ruinieren und viel schwerer, ihn wiederherzustellen. Die Gilde hat Mittel und Wege. Sie würden mit dir und dem Bündel da kurzen Prozess machen. Hm, wir sind nur hier, um zu verkaufen. Wir sind nur hier, um zu verkaufen. Nicht, um euch Konkurrenz zu machen. Die Wolle kommt von Schäfern in der Nähe von Huntley. Sie gaben sie mir, damit sie nicht selber zu kommen brauchen. Ich verstehe. Gut, ich biete dir hierfür einen Pfund pro Sack. Was? Nur ein Pfund? Das ist ein fairer Preis. Aber das ist das, was ich in Huntley bezahlt habe. Den Wagen, Zölle und Reisekosten nicht eingerechnet. Dann hast du dich übers Ohr hauen lassen. Was? Ich kann ja nicht für deine Fehler bezahlen, oder? Das musst du mit dir selbst ausmachen. Ellie, lass mich das machen. Äh, sprich selbst. Mein Bruder wurde auf dem Weg hierher zweimal angegriffen und verwundet. Ja, und ohne meine Schwester wäre ich jetzt tot. Naja, aber nimmt ja trotzdem. Euer Geld wird nicht nur die Wolle bezahlen, sondern uns auch dabei unterstützen, unsere Grafschaft zurückzugewinnen. Wenn ihr uns mehr bezahlt, werde ich euch das nie vergessen und euch reich belohnen, wenn ich einmal Graf von Shireen bin. Ich könnte euch sogar ein alleiniges Vorrecht auf unsere eigene Wollproduktion gewähren. Das ist ein klangvolles Versprechen. Und es würde euch kaum etwas kosten. Ihr beiden seid also der Sohn und die Tochter des Grafen von Shireen? Ja. Aber ihr seid nur Kinder. Wir werden Geld verdienen und ich werde ein Ritter werden und um Ruhm und Ehre kämpfen, bis der König uns unser väterliches Erbe zurückgibt. Äh. Das klingt ja alles schön und gut, aber ich kann euch nicht mehr zahlen als das, was ich euch angeboten habe. Dann werde ich beweisen, dass die Wolle dem Preis wert ist. Was heißt noch einmal? Wir hatten eben überhaupt keine Möglichkeit. Ich hörte die. Bla, bla. Hm. Hm. Sie ist trocken. Leicht und weich. Die Wolle ist auch ziemlich stark. Sie hält gut zusammen. Das ist alles, was mir einfällt. Ja. Mir auch. Hm. Hm. Hast du's dir überlegt? Lobe die Wolle. Trocken. Bei diesem Wetter kommen einige Wagenladungen Wolle feucht an. Ich habe darauf geachtet, dass diese trocken und unbeschädigt geblieben ist. Sie ist leicht zu transportieren. Und Kunden kaufen ungern nasse Wolle. Stark. Die Wolle mancher Schafe ist brüchig, aber die hier ist fest. Die Schafe hatten ein gutes, gesundes Leben. Hm. Sie eignet sich für feinere und stabilere Tuche. Sauber. Wolle ist oft voller Fett und Dreck. Aber die hier wurde sehr gründlich entschweißt. Sie ist sehr sauber und weich. Hm. Selbst kritische Kunden wären davon beeindruckt. Das stimmt. In Ordnung. Was für einen Preis stellst du dir vor? Eieinhalb. Bescheiden. Vernünftig. Riskant. Dann sagen wir vernünftig. Ein Pfund und zehn Schilling pro Sack. Hör zu. Ich gebe dir ein, ein Viertel Pfund für jeden Sack. In Ordnung? Du hast ein paar gute Argumente vorgebracht. Deine Wolle ist ausgezeichnet. Na klar, ist sie das. Aber kein Penny mehr. Einverstanden? Hm, Lena ab. Lena ab. Das ist nicht genug. Ich will ein, ein Halbpfund. Nein, nicht mit mir. Oder willst du doch lieber nur einen Pfund haben? Also gut. Ich nehme euer Angebot an. Hm. Ich bedanke mich für das Geschäft. Wir haben's geschafft, Ellie. Wir haben 60 Pens pro Sack verdient. Das sind fünf Schilling. Eine ganze Krone. Ich weiß, warum Meg dich mag, Aliena. Du bist genauso kaltschneuzig wie sie. Ich muss sagen, das war beeindruckend. Kann ich euch helfen? Verzeihung, ich wollte mich nicht einmischen, aber ihr seid Lady Aliena, nicht wahr? Ja. Und ich bin Lord Richard, Sohn von Graf Bartholomeos. Mein Name ist Philipp von Gwyneth. Ich bin der Prior von Kingsbridge. Ich habe von euch gehört. Ihr habt damals vielen Menschen geholfen, die vor den Hamleys geflohen sind. Wir haben nur getan, was rechtens war. Ich kannte euren Vater. Mein Vater kannte viele Leute. Nicht alle waren ihm wohlgesonnen. Ich weiß. Ich würde euch anbieten, euer Geschäft nach Kingsbridge zu bringen. Unser Wollhandel ist fast zum Erliegen gekommen, so Gott vergebe. Dabei haben wir so viele Schafe. Vielleicht könnten wir da eine Vereinbarung finden. Ihr wollt, dass wir Händler werden? Ihr würdet nicht für mich arbeiten. Ihr würdet mit mir arbeiten. Ich kann sehen, dass ihr harte Arbeit nicht scheut. Ich kenne keinen einzigen Novizen, der von sich aus bereit gewesen wäre, einen solchen Karren zu ziehen. Mein Freund Bruder Melius würde gewiss gern mit euch reden. Er geht immer für unsere Priorei zu den Märkten. Was sagt ihr dazu? Ich überlege es mir. Bitte, überlegt euch mein Angebot. Ihr wärt in Kingsbridge willkommen. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Danke, Vater. Nicht viel später fand ich dann in Kingsbridge ein Zuhause. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich dort ankam. Jack war da. Du? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Builder und Jack Sherberg. Und dann vergingen die Tage wie im Flug. Ich ahnte damals noch nicht, dass die beste Zeit meines Lebens und die schlimmste noch vor mir lag. Das Kapitel war jetzt ein bisschen umfangreicher. Du hast in einem alten Stadthaus geklopft und die Hemleys aufgefunden. Ah, eurem alten. Du hast einen Schlafplatz für die Nacht gefunden. Deine Füße schmerzten von der Reise. Du hast gezögert, bevor du deinen Schwur geleistet hast. Du hast deinen Vater ein letztes Mal sehen können. Du hast Richards Leben gerettet. Ihr steht noch beide unter Schock. Du hast dem Schäfer einen Pfund pro Wollsack bezahlt. Du hast einen besseren Preis in die Wolle verhandelt und hast Profit gemacht. Philipp hat dich nach Kingsbridge eingeladen. Jo. Und das war dann das zehnte Kapitel. Ne, das war das neunte Kapitel. Fünf Jahre später. Jetzt kommt das zehnte Kapitel, glaube ich. Ihr seid also aus Rom zurück, Bischof Walleran. Ja, es war eine sehr erhellende Zeit. Was wollt ihr? Der Papst war sehr erfreut, wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um die Kirche zu stärken. Wir haben es nicht für die Kirche getan. Weniger erfreut war er über den Handel, den ihr mit dem Prio von Kingsbridge abgeschlossen habt. Was geht Ihnen das an? Um das klarzustellen, wir werden uns nicht in euren persönlichen Streit einmischen. Das Abkommen, das wir mit der Priorei von Kingsbridge getroffen haben, hat den Segen des Königs. Natürlich. Und ihr würdet in dieser Sache eure Meinung nie ändern. Sagt mir, ist euer Sohn bereits aus dem Heiligen Land zurück? Wir haben nichts von ihm gehört, seit er sich eurem Kreuzzug angeschlossen hat. Wenn er stirbt, ist eure Kirche dafür verantwortlich. Unterschätzt euren Sohn nicht, Lady Hamley. Das wäre ein großer Fehler. Kapitel 10 Hatten wir den einen Typen nicht umgebracht, dann haben wir es wahrscheinlich ein anderer. Der Aufstieg von Kingsbridge. Der Aufstieg von Kingsbridge Und jetzt sind die Mauer nur dazu gedacht, das Gewicht einer Holzdecke zu tragen. Ich liebe dich wie ein Bruder, Alfred. Aber ein Lehrling sollte einem Handwerksmeister solche Dinge nicht sagen müssen. Jack, konzentrier dich auf deine Arbeit und bring sie wenigstens einmal zu Ende. Sonst bleibst du bis an das Ende deiner Tage, Lehrling. Streitet euch nicht wieder. Alfred hat recht. Dies ist immer noch ein Haus Gottes. Nun gut. Also, wo waren wir? Ihr könntet damit anfangen, Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Können wir uns das derzeit leisten? Wir bezahlen schon so viele Bauleute. Vater Philipp. Tom Builder. Oh Gott. Alfred. Das war nix. Milius und ich haben bereits alles vorbereitet. Wir würden deutlich höhere Einnahmen machen, wenn Percy Hamley in dieser Woche nicht schon wieder die Steuern erhöht hätte. Jonathan, du darfst nicht einfach so weglaufen. Bleib hier bei uns. Tom hat recht. Hörst du? Er sieht wie ein richtiger Mensch aus. Das klingt wie Latein, aber so ganz stimmt es noch nicht. Wir müssten uns über diese Dinge keine Gedanken machen, wenn wir unsere Wolle auf unserem eigenen Markt verkaufen dürften. Dazu müsste uns der König eine Lizenz erteilen. Das würden die Hamleys sicher verhindern wollen. Sie wollen die Steuereinnahmen aus der Wollmesse in Shiring für sich. Sorgt euch nicht, Philipp. Wir werden dieses Jahr einen guten Gewinn machen. Es ist ein gutes Jahr. Wir hatten noch nie so viel Wolle zu verkaufen. Oh, und ich werde ein neues Lagerhaus bauen müssen. Alfred ist jetzt Handwerksmeister. Wenn ihr ihn bezahlen könnt, wird er euch helfen. Sehr gut. Wenn sie nicht selbst ein Geschäft hätte, würde ich sie anheuern, für mich zu arbeiten. Sie hat was. Sie würde eine gute Frau für mich abgeben. Hey. Hey, nimm das zurück. Was denn? Was habe ich denn gesagt? Zum letzten Mal. Hört auf, euch zu streiten. Sehen wir uns noch einmal die Pläne an, Philipp. Es gibt ein Problem, das ich mit euch besprechen muss. Ja, tun wir das. Nimm das zurück, Alfred. Lass ihn in Ruhe. Und mach wenigstens einmal deine Arbeit fertig, Jack. Und Jack? Hab bitte ein Auge auf Jonathan, ja? Was? Warum muss ich das machen? Mach deine Arbeit fertig, Jack. So ging es immer zu. Aber an dem Tag kümmerte mich das nicht. An dem Tag wollte ich Aljena treffen. Ich wollte ihr sagen, was ich für sie empfand. Und nichts und niemand würde mich aufhalten. Ich muss Aljena sehen, wo sie wohl ist. Alfred wird noch bereuen, was er bei Aljena gesagt hat. Tom besteht darauf, dass ich meinen Krakstein fertig mache. Okay, dann mach ich aber an der Stelle jetzt auch einen Schnitt. Ist schon ein wenig länger geworden. Wie gesagt, war etwas länger das Kapitel. Und jetzt sind wir ja auch schon im nächsten mit drin. Also schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne. Bis denne. Untertitelung des ZDF, 2020